. 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 Das ist der erste Tag der Woche. Freut mich, dass Sie heute dabei sind. Ein ganz spezieller Gast, der legendäre Talkshow-Host in deutschsprachiger Fernseher, Harald Schmidt. Harald, herzlichen Dank. Danke, dass du gekommen bist. Danke für die Einladung. Guten Abend. Ja, freu mich. Wer bist du? Mein Name ist Harald Schmidt. Ich bin 57 Jahre alt und arbeite seit 35 Jahren in unterschiedlichsten Funktionen in der deutschen Unterhaltungsindustrie. Okay, darüber werden wir uns unterhalten. Du kannst ja so viele Dinge, ein bisschen Multitalent, Theater, Musik, Show, Stand-up, oder Comedy. Habe ich was vergessen? Äh, nein. Nicht. Und was kannst du am besten von all dem? Ich denke doch einfach vor ein Publikum hintreten und einigermassen entspannt darüber plaudern, was die Menschen vielleicht so tagsüber bewegt hat. Okay, schauen wir uns doch an. Rückblick auf die legendäre Harald-Schmidt-Show bei Sat.1, acht Jahre lang bis Ende 2003. Und so war jeweils der Einstieg. Aus dem Studio für Firmen in Köln, die Harald Schmidt. Ja, und da kommt ja der Zampano. Wie war das jeweils? Adrenalin pur? Ja, ich hätte gedacht, es wäre ohne Adrenalin. Dann dachte ich aber mal eine Zeit lang, ich wäre am Rande eines Herzinfarkts und hatte so ein doppeltes EKG. Und da hat man festgestellt, dass ich in dem Moment, wo ich durch die Tür rausgehe, ungefähr den Adrenalinausstoss habe, den ein Pilot beim Start hat. Ehrlich? Ja. Aber wird man danach auch süchtig, dass man das braucht? In gewisser Weise schon, aber ich habe jetzt die Showball seit einem Jahr nicht mehr und ich bin überrascht, wie weit es schon für mich zurückkriegt und dass es mir eigentlich überhaupt nicht fehlt. Okay, das sagen dann alle. Jetzt bin ich pensioniert und arbeite mehr als zuvor. Ja, aber das bin ich ja nicht. Ah nicht, das sagst du nicht. Okay. Also, du hast ja einen unglaublichen Spieltrieb und am Schluss deiner Sendung da bei Sky hast du ein bisschen gezeigt, die verschiedensten Rollen von Harald Schmidt. Die Geschichte der Harald Schmidt Show. Das war wirklich mutig, innovativ und... Oh, der Führer. Und Queen. Ja, Freddy. Was hast du ausgelassen? Sonst dir gelassen? Nee, also von Figuren hatten wir eigentlich so ziemlich alles dran. Es war ja doch... Wir haben auch so Sterne im Foyer gelegt, wie es in Hollywood gibt. Für die Figuren, denen wir am meisten zu verdanken hatten in der Show, Boris Becker, Michel Friedmann, Adolf Hitler und Franz Bettenbauer. Das ist eine gute deutsche Mischung. Das zeigt doch... Mit österreichischem Einfluss. Ja, ja, ja. Also, das zeigt auch einen Spiegel der Geschichte mit allen dunklen Kapiteln, wo man vergessen hat und so weiter. Genau, okay. Und du hast ja unglaublich Innovatives gebracht. In Deutschland gibt es viele Beispiele, einfach für Leute, die das nicht mehr so präsent haben. Ein Beispiel unter vielen. Peut-être vous attendez à la maison, si nous terminons cette action après cinq ou six minutes. Non. Jusqu'en fin. Jusqu'à la boue. Jusqu'à la boue. Merci. Jusqu'à la boue. Jusqu'à Periodis de cet überrascht. Kritik hat dich nicht deprimiert, sondern eher noch motiviert. Ich hatte immer als Hintergrund, wenn die Show nicht mehr funktioniert, gehe ich halt wieder auf die Bühne als Kabarettist. Nach 14 Tagen hatten wir eine Doppelseite in der Bild am Sonntag, die damals noch gelesen wurde. Das waren dann 11 Millionen Leser. Das war die Überschrift, ekl.tv sofort aufhören. Aber das hat Fred Kogel, der Chef damals, und Leo Kirch als Teilhaber haben einfach durchgezogen und die Nerven behalten. Sonst wäre es nach zwei Wochen schon wieder vorbeigewiesen. Eben, und das hat einige Jahre gedauert. Und dann wurde es zur Kult-Sendung, es wurde ein Fixtermin, 23.15 Uhr Montag bis Donnerstag bei Sat.1. Und auch die Intellektuellen, die lagen dir zu Füssen. Naja, es haben viele Leute gedacht, wenn sie darüber lachen, dann wären sie Intellektuelle. Ich wurde ja auch fälschlicherweise als Intellektueller bezeichnet. Was heisst fälschlicherweise? Du bist das Beispiel des Bildungsbürgers, der alles weiss, alles kann. Nein, ich habe ein ganz gutes Gedächtnis und ich kann mir Namen merken und ich kann halt Tom Hanks von Tom Cruise unterscheiden und damit ist man schon ganz gut weit vorne. Okay, wir haben eine kleine gemeinsame Geschichte, auf die müssten wir eingehen. An meinem ersten Arbeitstag bei Sat.1 kündigte Harald Schmidt an, dass er seine legendäre Talkshow aufgibt. Und das wurde vom deutschen Feuertal am nächsten Tag gefeiert, wie wenn Goethe und Schiller gleichzeitig gestorben wären. Und Anke Engelke hat gesagt, Gott ist tot. Das hast du gut hingekriegt. Ja, das war gar nicht so beabsichtigt. Das war auch immer in Kombination zu deiner Person gesehen, wir kannten uns ja gar nicht. Und bei mir war einfach der Punkt, es kommt ein neuer Eigentümer, es kommt eine neue Führungsmannschaft. Ich war ermattet. Ich habe aber dem neuen Eigentümer Chaim Saban noch eine faire Chance gegeben. Ich habe mich mit ihm getroffen im Hotel in Wiesbaden. Er ist eingeflogen mit seinem Privatjet. Er ist erwartet, dass er da ein Honorar erhöht. Ich habe ihn aber nicht überlastet mit der Formulierung. Ich habe gesagt, ich möchte das Doppelte. Und er hat aber nicht hingehört. Er guckte auf seinen Blackberry und willst du die Frage hören, die er mir gestellt hat? Ja. Who exactly is Gunther Jauch? Okay. Also er wusste nicht viel vom deutschen Showgeschäft, aber er kaufte sich einen Trachtenjank. Er sagte, ich möchte lang bleiben. War nach zwei Jahren mit drei Milliarden Euro Gewinn, voll portiert, wieder weg. Und Glückwunsch an die deutschen Verleger und die deutsche Politik, die sich vor ihm verneigt hat. Genau. Ich habe ein bisschen mitgeholfen, weil ich den Vereingewinn von Satains multipliziert habe. Aber bei mir hat er was Ähnliches gesagt. Er hat gesagt, Kommissar Rex, das muss im Programm bleiben, weil er kannte den Titel von Falco, der Kommissar. Alles klar, Herr Kommissar. Ich musste mal in Paris anrufen, da wollte er mit mir was besprechen. Und ich sagte dann, thank you, Mr. Saban. Chaim, tschüss, Chaim. Und er verabschiedet Sie mit, alles klar, Herr Kommissar. Genau. Das war das eigentlich. Okay. Also, aber du hast natürlich die Gelegenheit benutzt, da kommt ein unbedarfter, unbekannter Schweizer. Schweizer. Schüchterner Schweizer. Ja, du hast mich gar nicht gekannt. Und am nächsten Abend war ich zitternd vor dem Bildchen und sah mir das an. Harald Schmidt, mein Angestellter. Als Mediennutter muss ich mich auf den neuen Chef einstehen. Ja, das ist in diesem Job so. Wissen Sie, weshalb ich erst das Lied singe? Jetzt kommt ein neuer und zeig mal Neues. Ein paar Informationen. Ja, ist nochmal. Also moderat Kassensturz. Ja, wo lief das denn, Kassensturz? Ja, in der Schweiz. In der Schweiz. Also, und das war natürlich was Spezielles. Du hast dich da als Mediennutter bezeichnet. Ja. Das war ja nicht nur ein Joke. Nein. Nein. Aus das fühlst du dich? Also, ich habe immer kapiert, dass der Begriff Showbusiness aus zwei Teilen besteht und den Begriff Business habe ich sehr gewürdigt. Und ich meine, dein Einstieg war ja durch mein Intro Fernsehgeschichte. Sonst wäre zu vergessen, wie alle 421 Geschäftsführer von 101, die es pro Jahr gab. Und jetzt wird man immer nur sagen, Donnerwetter. Und was lese ich heute? Die beiden Titanen, sie treffen sich. Sie können sich nicht ausstehen. Sehen so zwei Menschen aus, die sich nicht ausstehen können? Ja. Aber ohne Zynismus geht es gar nicht in der Branche? Nein, was soll das? Zynismus ist eine Erfindung der Griechen. Und wer sind wir, dass wir unsere Griechenfreunde aburteilen könnten? Ja. Nein, das ist ja, das ist Showgeschäft. Ich finde, wenn mehr Leute wirklich im Einstecken so gut wären wie im Austeilen, hätten wir alle sehr viel mehr Spaß. Dazu zählst du dich auch? Ja, da war ich immer bemüht und ich glaube, ich bin's auch. Okay. Dann am nächsten Abend hast du dann nachgedoppelt, weil es schön war. Ja. Und hast dann aus einem meiner Bücher, die du gezeigt hast, vorgelesen. Vorgelesen, ja. Wie viele Schlüssel sind es mittlerweile geworden? Wie viele sind in jüngster Zeit hinzugekommen? Welche sind nicht wertabend? Wieviel Schlüssel hast du? Acht. Was? Acht Schlüssel? Sind das viel? Ja, das ist wahnsinnig viel. Wieviel hast du denn? Zwei. Ach komm. Ja. Ein für rein oder ein für raus. Ja, aber das war ja eine Metapher und bei allem Respekt vor dir als Schriftsteller, aber Nietzsche ist nicht gefährdet durch diese Werke. Genau. Aber wenn man so auch Schiller vorlesen würde oder Markt frisch, wäre es auch peinlich. Gut, das sind ja... Das ist gar billige Lacher, aber okay. Aber also Lacher teuer oder billig, dazu ist die Branche zu hart. Wer Lacher hat, hat Recht in unserer Branche. Ich hatte das Gefühl, du bist weggegangen, weil du wirklich ausgepumpt warst. Ja. Ich habe es Monate vorher gesehen, weil ich war ja selbst immer viermal in der Woche auf dem Bildchen. Und wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, es ist ein Kraftakt, nach vorne zu gehen, dann verliert man zu viel Kraft. Und der Fehler war eigentlich bei dir, weil du von vier auf fünf Ausstrahlung pro Woche erhöht hast. Ja, das war nicht mehr das Entscheidende. Zu dem Zeitpunkt war ja, wenn ich Luft geholt habe, gab es ja eine ganze Seite im deutschen Feuilleton, was dieser Einatmer sozusagen gesellschaftlich an Relevanz hat. Das Gleiche dann, das ist das Schöne, Jahre später, derselbe Vorgang ist dann einfach, er scheint Atemnot zu haben. Also das war ein natürliches Signal. Und ich habe aufgehört und dann habe ich nochmal angefangen. Und dann kam das sehr zäh in die Gänge. Aber es hat noch zehn Jahre dann eigentlich funktioniert. Also ich kann mich nicht beklagen. Irgendwie hatte ich dann das Gefühl, dass du dich nicht so, was soll ich sagen, galant benommen hast. Denn kaum warst du weg von Sat.1, hast du den Begriff Unterschichtenfernsehen, hast du kreiert und das bezogen aufs Privatfernsehen, nachdem du dort jahrelang sehr gut verdient hast. Absolut. Und es gibt ein italienisches Sprichwort in den Teller, aus dem man gegessen hat, spuckt man nicht rein. Ich höre gerne von die italienischen Sprichworte, mein Freund. Jetzt kommst du, du hast mich nie besucht. Ich habe immer gesagt, wo ich das Zitat habe, Professor Paul Nollte, Professor zur Soziologie, den habe ich zitiert. Und natürlich gibt es ein Unterschichtfernsehen. Und die Unterschicht, da sind überwiegend Architekten, Arztfrauen, bildungsferne Schichten. Nein, die Arbeitslosen. Nein, definitiv nicht. Weil die schauen mehr Fernsehen. Wir haben keine Arbeitslosen in Deutschland. Ja, jetzt weniger als damals. Ja, aber durch das Unterschichtenfernsehen war die Möglichkeit sozusagen, hey, auch du kannst es schaffen, komm raus, lese Zeitungen, sei gut gelaunt und sage den Leuten, es war wieder ein harter Tag, aber auch morgen. Aber das hast du erst danach gesagt? Nein, ich habe es immer gesagt, aber die Presse hat es weggelassen. Aha, okay. Professor Paul Nollte hat selber gesagt, dass ich ihn damit zitiere. Aber ich stehe nach wie vor zu dem Begriff, jetzt darf ich Max Frisch zitieren, Biedermann, und die Berandschaft, ich bedauere sehr, dass gerade in den unteren Schichten sowie von Unterschicht geredet wird, in der Klassengesellschaft von Klassen. Okay, dann hast du die sogenannte kreative Pause, hast du noch ein Jahr lang, um dich wieder aufzubauen, und dann bist du zum Oberschichtenfernsehen gegangen, zur ARD. Nein, das kann man nicht sozusagen zum Staatsfernsehen. Öffentlich-rechtlich. Zum Staatsfernsehen. Hast du dich als Bildungsbürger besser aufgehoben gefühlt? Dachte ich. Das war ein grosser Irrtum. Ein grosser Irrtum? Das war ein ganz grosser Irrtum. Weil dort sind ja alles Bildungsbürger und die haben das Gefühl, die wüssten auch alles besser. Ja, vor allen Dingen, ich dachte, ich profitiere unglaublich von dieser unglaublich politisch wachen Klasse, die sich die Tagesthemen anschaut. Aber da haben sie natürlich schon alles geschlafen und wer noch nicht geschlafen hat, ist in den Tagesthemen selber eingeschlafen. Danach kam noch ein Trailer über armenische Frauenhäuser, die rückwärts sprechende Pandemien aufführen. Dann kamen noch zwei Tatort-Trailer und dann kam noch die Glückslotterie und um null Uhr Blumenkohl kam ich. Also das war ein Fehler, der aber trotzdem auch gemacht werden musste. Und danach sind wir wieder zurück zu Sat.1. Genau. Eben. Aber nochmals zu der Geschichte. Die einjährige Pause, die war ja irgendwie speziell. Anderer Sender, anderer Sendeplatz, fehlende Kontinuität, weil die amerikanischen Late-Night-Hosts von Johnny Carson über David Letterman oder auch Jon Stewart, Jahrzehnte, also du hast gedacht, dann komme ich und setze wieder an. Ja. Und das hat dann nicht mehr funktioniert. Der gelernte Sendeplatz war vergessen. Wegtot. Ja. Lass es uns philosophisch auf eine andere Ebene hören. Genau. Es war wahrscheinlich der Wunsch nach Selbstzerstörung. Nee, das glaube ich nicht. Zu Höchstarif natürlich. Das glaube ich nicht. Das ist ja wurscht. Du machst, was du machst und hinterher musst du es ideologisch unterfüttern. Das ist genau das. Wo reden wir? Genau. Und dann eben bist du, als das bei der ARD nicht geklappt hat, trotz Olli Pocher, trotz neuen Grenzüberschreitungen, etc. Wieder zum Unterschichten-Fernsehen, satt eins zurück. Okay. Und da habe ich gedacht, Harald Schmitz, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, vorgestern? Oder ich stelle mich neuen Herausforderungen. Unsere Welt ist im Wandel. Gesellschaftliche Dinge verändern sich. Wir stehen vor der Industrie 4.0. Da muss ich offen sein. Also das, da finden wir im Bausatz der Erklärungs-Fassadstücke schon formuliert. Eben, aber irgendwie hat man dann das Gefühl gehabt, die Grenzen sind erreicht. Es war alles auch ein bisschen auserzählt. Ja. Ein sehr schönes Wort. Das wendet man Schauspielern gegenüber an, wenn sie aus der Serie fliegen. Weißt du, deine Figur ist auserzählt. Aber auserzählt gefällt mir. Es war sehr lange auserzählt. Es war zehn Jahre lang auserzählt. Aber die Kameras liefen weiter. Also warum sollte ich aufhören zu reden? Eben, aber die Zuschauer liefen auch weg. Die Zuschauer liefen... Du hast mal gesagt, ich kriege es noch unter eine Million bei der ARD Zuschauer. Ja. Das fand ich auch ein bisschen sehr salopp. Du hast es dann auch geschafft. Ich habe es geschafft. Und wir waren dann bei Sky so weit, dass der Sender die Messung eingestellt hat. Ja, aber Entschuldigung, Quote kann doch jeder machen. Ist Quote nicht was für den Tröbel, für den Mob? Ach klar. Als Moderator? Gut. Oder? Hast du Quote? Ja. Hey, wer bist du? Du hast doch keine Quote nötig. Du heizt den Bossen da oben da ein und wenn sie dir blöd kommen, sagst du, Bingo, ich bin Roger. Also so läuft das Business. Okay, das merke ich mir für mein nächstes Gespräch hier. Aber du sprichst ja sehr schlecht über die heutige Comedy im deutschen Fernsehen. Wien? Nein. Nie. Oder? Ja, du sagst, das ist Prekariats-Comedy. Nicht das. Sondern? Nein. Das sogenannte Kabarett. Sende aus Marzahn behauptet ja nicht, dass sie was anderes ist als das, was sie macht. Außerdem geht da die Kurve auch nach unten. Ja. Nein. Ich wäre mich gegen... Ich mag nicht mehr Kabarett, wo man so tut, als würde man die Welt begreifen und würde man sagen, was ist gut, was ist böse, was ist rechts, was links. Diese Kategorien sind ja nicht mehr existent. Aber ein bisschen Neide ist da auch noch dabei, wenn Mario Barth vor 80.000 Leuten im Olympiastadion spielt. Nein. Niemals. Ich hatte ja nie 80.000, ich hatte nie mal 800.000, ich hatte nie 8.000. Ich hatte wirklich nie diese Massen an Zuschauer, aber ich hatte immer einen Senderchef, der glaubte, er wäre intellektuell in anderen Sphären, wenn er mir einen Vertrag gibt. Ich hatte nie die Gelegenheit. Ja, schade. Ich bin dir noch nachgereist, nach Pforzheim. Ich weiss. Ich weiss, wir haben uns ja auch später noch getroffen. Ich bin niedergekriegt, ich habe gesagt, Harald, kommst du weg. Nein, das willst du nicht, aber wir haben eine wunderbare Taxifahrt durch Berlin gemacht und weisst du, welchen tollen Satz du gesagt hast? Was? Ey, Falk, ich lebe nur einmal, ich kaufe jetzt das Penthouse. Nein, das stimmt nicht. Hast du in Berlin gesagt, schneid es nicht raus. Aber ich habe es gekauft. Ich will den Satz morgen hören. Ich habe es gekauft. Für meine Frau. Und hat es sich gelohnt? Hat sich gelohnt. Da lief das Wasser durch damals. Genau, da war es. Und du hast es noch? Nein, nein. Und Maybrit Illner, es war die schönste Zeit. Meine Frau, ich hoffe, sie hört nicht zu, die weint immer noch dieser Berliner Zeit noch. Und es wäre ein gutes Geschäft gewesen, wenn du es behalten hättest. Wahrscheinlich. Ja, klar. Ja, siehst du, in dem Bereich bin ich. Über das deutsche Unterhaltungsfernsehen müssen wir reden. Dalli, Dalli. Ist das die definitive Kapitulation, dass die alte Hans-Rosenthal-Show jetzt von Kai Pfleimer? Kai Pfleimer, ja. Ich finde es schon. Denn Hans-Rosenthal, das war der, das ist ja die Kategorie, wo immer unvergessener vorgesagt wird. Der unvergessene Hans-Rosenthal, der unvergessene Hans-Röhmann. Und das war wirklich, er sprang in die Luft und schrie, das war Spitze. Das war Donnerstagabend. Das war auch aus einer anderen Zeit. Diese Show, diese Art von Show wieder hochzuholen, ist eine Bankrotterklärung. Wir leben im digitalen Zeitalter. Da muss mal irgendwie ein 20-Jähriger ran, der den Laden auf den Kopf stellt. Gut, aber es gibt ja noch die alten, die Dinosaurier, Günther Jauch, Thomas Gottschalk. Der ist ja wieder zurück, der kann einen Flop nach dem anderen hinlegen und er kommt zurück. Ist es deshalb, weil er einen guten Freund hat? Nein, nein, ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Ich glaube, bei beiden ist es weniger die Flucht vor die Kamera als die Flucht von zu Hause. Ohne, dass ich jetzt da allzu viel weiß, aber als Küchenpsychologe und Ferndiagnostiker würde ich sagen, beide haben zumindest eine feuchte Wohnung. Aha, gut. Und du? Aha, ich bin ein Familienmensch. Ich bin auch ein Familienmensch. Du hast ja gesagt, mit deiner Frau sprichst du nicht über den Job. Nein. Als du einen hattest. Ja, definitiv nicht. Und jetzt kannst du weiter dasselbe mit dir reden? Nein, ich habe ja mein Studio weiterhin und fahre jeden Tag ins Büro. Das ist auch ganz wichtig, wenn ich zu Hause sitze, das wäre tödlich. Und wir reden jetzt über die Kinder, über ihren Job, über Urlaubsplanung. Ja. Okay, ein ehemaliger Mitarbeiter von dir hat vor kurzem gesagt, wir hatten ja Late Night bei ZF Neon und jetzt sogar beim ZF, Jan Böhmer, Mann, hat im Spiegel vor kurzem gesagt, ich hätte mir zumindest in aller Demut ein bisschen mehr Durchhaltevermögen gewünscht. Warum produziert er keine Shows für andere? Was ist das für eine Art, die eigene Show zu beenden und dann einfach zu verschwinden? Wenn das Rudi Karel noch erlebt hätte, wäre er sicher genauso enttäuscht wie ich. Aber vielleicht kommt Schmidt irgendwann zurück. Hat er recht? Nächste Frage bitte. Weshalb? Nein, man kann sich nicht mit allem abgeben. Wir haben hier grössere Themen zu besprechen. Aber immerhin, Jan Böhmer, Mann, macht jetzt so eine Late Night Show. Ist es möglich, dass so ein Junge kommt und das auch erfolgreich nochmal hinkriegt oder ist der Genre im deutschen Fernsehen einfach zerstört? Ich habe unendlich viele Fähigkeiten, wie du eingangs so nett gesagt hast, aber ich kann nicht in die Zukunft schauen. Aber was wäre schlimmer für dich, wenn er Erfolg hätte oder wenn er keinen Erfolg hat? Das ist für mich unerheblich. Unerheblich. Gut. Du hast gesagt, du machst Late Night by Sky, solange man dich lässt. Und dann kommt nichts mehr, hast du gesagt. Und dann war dann auch das Ende da. Genau. Und daran ist nichts zu rütteln, oder? Definitiv nicht. Also ich mache jetzt morgen mit großer Freude hier nochmal die zweite Ausgabe Kulturplatz. Aber das sind einzelne Sachen, die mir angeboten werden. Aber es ist natürlich nicht mehr eine Serie, die mit meinem Namen verbunden ist und die ich durchtragen muss. Muss man eigentlich als ernsthafter Comedian eine politische Haltung haben? Wer will, warum nicht? Wir sind ein freies Land, ja. Oder kann man sich über alles und jedes mockieren? Das muss man selber wissen. Meine Haltung ist ganz klar, ich stehe immer auf der richtigen Seite. Genau. Du hast zum Beispiel entschieden, du sagst nicht über Islam, als da die Mohammed-Reihe. Generell nicht über Religionen. Ja? Ja. Aber über Polen schon, die sind weniger gefährlich. Die Polen habe ich früher Scherze gemacht, und zwar konkret über die Situation, dass Autos geklaut wurden. Ja, klar. Dann hat mich der polnische Botschafter zum Kaffee eingeladen, hat mich sehr freundschaftlich über die Satire Macht Polen informiert und dann war dieses Thema beendet. Okay, wenn man so die aktuelle Politik anschaut, denkt man, was würde Harald Schmidt darüber sagen? Zum Beispiel Putin und Merkel in Minsk. Was würdest du da darüber... Ich hoffe sehr, dass die beiden Erfolg haben. Das wäre unschön, wenn nicht. Und ich bewundere diese Spitzenpolitiker für ihre Konditionen, wenn ich mir angucke, Merkel, Kiew, Moskau, Washington, München... Rüstel. Kräftemässig, ich schlafe schon um 16 Uhr Mittagseil. Wirklich. Okay. Sepp Blatter will noch mal FIFA-Präsident werden. Das kann ich nicht beurteilen. Für mich hat er eine sehr erfolgreiche Politik als FIFA-Post gemacht. Sonst hätten sich ja Spitzenklubs wie Real Madrid und Bayern München das nicht gefallen lassen. Genau. Aber in Deutschland ist er nicht besonders populär. Ja, aber das muss ihn ja nicht beunruhigen. Also er wird gewählt. Und er hat viele Freunde in Afrika und in Asien. Ich glaube, wir dürfen nicht so eurozentristisch denken. Uli Hoeneß hat im Gefängnis 20 Kilo abgenommen. Ja. Ist das eine gute Entwicklung? Also ich habe ein Foto gesehen und ich war ein bisschen erschrocken. Ich finde, er ist ein Mensch, dem ein gewisses Gewicht steht. Also das gehört zu seiner Power. Ich glaube übrigens, dass Uli Hoeneß der Erste ist, dem ein mediales Comeback gelingen wird. Okay. In Deutschland. Als Büßer. Als Büßer? Ja, ja, ja. Und das wird man ihm abnehmen? Das wird man ihm abnehmen, ja. Okay. Was hältst du denn von einem anderen potenziellen Büßer? Dominik Strauss-Kahn, der gerade vor dem Prozess... Nein, der ist Opfer von Dodo, der Makrele geworden. Und er hat einen großartigen Satz gesagt, den man nur unterschreiben kann. Wer von uns kann eine nackte Frau von Dame der Gesellschaft und Prostituierte unterscheiden? Also wenn ich hier durch Zürich gehe, Sie können auch was anhaben. Das wird schwieriger. Was hältst du denn von der Uschi, Ursula von der Leyen, eurer Verteidigungsministerin? Hat einen harten Job. Sie hat ja gedacht, sie hätte Thomas de Maizière überrundet. Der blüht jetzt aber auf als Innenminister mit der ganzen Terrornummer. Aber sie ist ein absolutes großes politisches Talent, das auch schlau genug ist, Angela Merkel nicht in der Sonne zu stehen. Okay. Weil sie will sie ja beerben. Das weiß ich nicht. Aber da kann in der Politik so viel passieren. Und ich hoffe sehr, dass Angela Merkel noch lange macht. Jürgen Klopp und Borussia Dortmund, das ist ein Thema für dich. Ja, eine große Geschichte. Klopp gewinnt, weil er jetzt sozusagen Demut zeigen muss. Und wenn sie sich da aus dem Keller hocharbeiten, ist das für den Mieters noch viel besser, als wenn sie die Champions League gewonnen hätten. Ehrlich? Ja, finde ich schon. Also wenn man das hätte planen müssen, dann hätte man es so hinkriegen müssen. Von ganz oben nach ganz unten, dann wieder irgendwie andere Richtung. Ja, es ist ganz wichtig, dass Borussia Dortmund an ihm festhält. Und dass Marco Reus jetzt einen Vertrag unterschrieben hat, der auch für die zweite Liga gilt. Du bist ein großer Fussball-Fan. Ja. Jogi Löw, was hältst du von ihm? Weltmeister. Sensation. Du saßt allein vor dem Fernseher der ganzen Welt und hast gesagt, du wirst nur immer allein schauen. Ja, und zwar auch ohne Ton. Ohne Ton. Ja, ohne Ton. Aber hast du mittlerweile einen richtigen Fernseher-Apparat? Weil du hattest lange nur so eine alte Büchse, die... Ja, die ist dann implodiert nach 19 Jahren. Aber jetzt hast du HD. Jetzt habe ich HD, aber nicht überall, weil ich habe so einen unerträglichen Netzanbieter, der mir ständig die Sender durcheinander würfelt. Und ich gucke nach dem, was ich gerade sehe. Fussball sehe ich auf Sky, das ist ganz klar. Das ist großartig, die Konferenz. Also, das ist ein Bild, ich weiss nicht, ob du es schon gesehen hast. Jean-Claude Juncker und unsere Simonetta Sommerroger. Was sagt dieses Bild aus? Dieses Bild sagt, dass Jean-Claude, wenn ihm das Rubbel ausgeht mit seinem Akzent, er einfach Küsschen gibt und dann fragt ihn keiner, was in Luxemburg mit der Steuer ist und wo er die Milliarden hernehmen will, die er dauernd verspricht. Also entweder er rubbelt, er sagt viel Nid, das ist nicht so schlimm, das ist nicht so tragisch und wenn das Rubbel nicht mehr reiche, gibt es einfach ein Küsschen. Und die Dame sieht aus, als wäre sie schon glücklicher gewesen bei Küsschen, oder? Ne, die sind immer so. Das ist Öden von Horvath. Weisst du, Geschichten aus dem Dienerwald, meiner Liebe entgehst du nicht. Das ist damit gemeint. Okay, gut. Stichwort Pegida. Was würde der Harald Schmidt in seiner Show über Pegida sagen? Hat sich ja schon erledigt. Ja, hat sich erledigt. War, 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 war. Hauptsächlich in Dresden. Und Menschen haben ungefiltert in eine Kamera reingeschrien, wie wütend sie waren. Und alle Politiker haben gerade gesagt, wir mögen diese Demonstranten nicht. Aber das Anliegen nehmen wir sehr ernst, weil wir sind ja Wähler, ist vorbei. Also du hast ja am Anfang dieser Sender oder vor der Sender mir gesagt, eigentlich interessiert dich in erster Linie die Börse. Ja. Also, kannst du noch ein paar Börsentipps hier absondern, nicht nur recht am Lernen? Da muss man rechtlich vorsichtig sein. Aber mir hat ein wirklich großer Vermögensverwalter, mit dem ich aber nicht geschäftlich verbandelt bin, gesagt, wenn Draghi aufhört Geld zu drücken, müssen sie sofort aus allem raus. Aha, okay. Aber das macht er leider noch länger nicht. Ich hoffe, er macht das noch länger. Für die Börse. Nur acht Prozent der Deutschen haben Aktien. Genau. Du hast Aktien? Ich habe Aktien. Genau. Geld spielte für dich immer eine Rolle. Man hat ja danach nicht. Für mich auch. Ich glaube, du bist schon von der Herkunft einer dem Kohle völlig gleichgültig. Nein, absolut. Absolut. Aber ich komme auch aus einem wenigsten, sag ich tiefen Milieu, finanziellen Milieu wie du. Ah, finanziell ist er noch eingefallen gerade. Ich komme aus einem Angestelltenhaushalt. Ja, mir hat... Okay. Okay. Ja, aber das spielte immer eine Rolle, wer verdient am meisten. Und der Günther hat immer am meisten verdient, auch so viel Geld wie du verdient. Ja, unfassbar. Günther ja auch verdient ein Geld, das ist unvorstellbar. Glücklich. Aber ich muss sagen, er ist jeden Euro wert, denn wenn er eine Homosexuelle bei Parkuhren moderieren würde, hält es auch sechs Millionen Zuschauer. Er ist jeden Euro wert. Und wenn man ihn sieht, weiss man, wie glücklich er ist. Nämlich? Happy. Er strahlt diese Lockerheit aus, diese Pureness. Aber er kann 20.15 Uhr und er kann die Show am Sotterabend bei der ARD. Er kann alles. Ich wünsche ihn mir täglich mehrfach, auch schon am Nachmittag. Ein bisschen Neid hier. 20.05 Uhr hast du ja mal versucht bei Verstehen Sie Spaß? Ja, ich habe alles versucht. Ich habe auch Quiz am Vorabend gemacht, alles. Aber glaube es mir, immer wenn ich um 16 Uhr in einer wunderbaren Sonnenbeschienen im Terrasse zum Cappuccino greife, schaue ich noch links und sage meiner Begleitung, schau mal, Günther ist schon wieder im Fernsehen. Aber du warst ja ein absoluter Medienjunkie. Du hast alles gelesen, alles gesehen, etc. Kriegt man das raus, wenn man keine Sendung hat? Kann man da einfach die Schalter umlegen? Ja, total. Ich gucke ins Netz, das werden die Verleger gerne hören. Ich lese Zeitung nur noch, was gratis im Netz ist. Und das meiste muss ich gar nicht mehr wissen. Und man kennt es ja auch, es wiederholt sich. Letztes Jahr im März, die letzte Abschiedshow. Du hast ja Erfahrung in dem Genre. Aber hallo, das ist fast schon der eigene Genre. Genau, und da sieht man die Routine. Wir haben uns ein bisschen verplaudert, ist reingegangen. Schnelle Verabschiedung. Meine Damen und Herren, das war's. Dankeschön, fantastische 19 Jahre. Ihnen alles Gute, merci und guten Abend. Ciao. Hast du sehr locker hingekriegt. Das war vielleicht ein Tick zu emotional. Ich hätte mehr diese Arroganz und diesen Lobbismus pflegen müssen, den ich über all die Jahre doch hatte. Aber da ist halt das Gefühl mit mir durchgegangen. Und das ist doch menschlich, oder? Und jetzt kommt nur noch Traumschiff. Du fährst jetzt hin. Morgen fliegt es hin. Ist es nicht eine Harald-Schmidt-Poente bei einer, dass das Traumschiff, das früher als Location gedient hat, dass die Deutschland pleite gegangen ist? Oh, da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Das erinnert so wie an die Queen Mary, die man in Kriegsfällen nicht in die Nähe der Falklandinsel gelassen hat. Ja. Stimmt, jetzt heisst das Schiff MS Amadeu. Genau, weil die andere Welt pleite. Also du bist dabei. Ich bin dabei. Da geht es weiter. Ja. Also, danke vielmals. Es war mir ein Vergnügen. Es war mir ein grosses Vergnügen. Morgen Abend übrigens Fifty Shades of Grey. Beim Club, das erste Mal mit dem Tommy Schaub, wäre eigentlich auch ein Thema für dich. Fifty Shades of Grey? Ja, also man geht jetzt in den Baumarkt und lässt sich ordentlich durchpeitschen, habe ich gelernt. Wirst du den Film anschauen? Nein. Kritiker sind entsetzt, aber an der Kasse... Ja, aber ich sage es dir, exklusiv Sex ist mir zu anstrengend. Danke vielmals. Bitte. Also, diese Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann dabei wären. Gute Nacht und ganz eine gute Woche.